Hallo und herzlich willkommen zurück bei Foundation. So, Brot war gerade oben, jetzt geht es wieder runter. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das Brot gekoppelt mit der Aufnahmetaste. Unter Umständen könnte ich mir vorstellen, Foundation möchte nicht, dass das so aussieht, als wäre das Spiel einfach oder so und deswegen, also es ist nicht einfach, davon jetzt mal abgesehen, aber das ist aussieht, als wäre jetzt das wieder da. Aber ich verstehe es nicht, naja, naja, das wird schon werden, jetzt haut das auch mit dem Geld auf einmal nicht mehr so, naja, 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 ich sollte aufhören so oft, naja zu sagen, aber naja, so, wie sieht es jetzt hier aus, da sieht es eigentlich ganz gut aus, das Kloster sieht auch einigermaßen aus, da drüben haben wir ja in der letzten Folge groß dekoriert, wir warten jetzt, bis wir tausend hier zusammen haben und dann, ein Mönch, bitte, Dom Audience, Mönch, sprich, Werkzeuge. Ja, ich werde meinem Volk Werkzeuge geben, ich werde meinen Werkzeugen ein Volk geben und dann haut das hin, da geht es nach oben, da können wir es, weshalb können wir es nicht bauen? Was? Wieso? Was hast du für Probleme? Warum nicht? Hä? Was ist da, fehlt hier? Kann es sein, dass Gina fehlt? Wir werden ihn da hinsetzen. Und wir werden nicht mehr sehen, ob wir ihn bauen können, denn wir haben nicht mehr genug Geld. Sehr gut. Ist aber auch nicht so schlimm, oder? Sehe ich jetzt, sehe ich schon richtig, ne? Nee, ist nicht. Geht, ne? Obwohl hier, nein, 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 muss weg. Nehmt es fort. Was müssen wir, was können wir, was tun wir? Wir müssen dann hier, auf alle Fälle, denn wir haben hier schon und wir müssen da dann auch, das bedeutet, wir könnten hier eigentlich ein Stückchen näher ran, an den da, könnten dann sagen, hier Erntefeld einzeichnen, das ein ganz kleines bisschen kleiner machen und dann hier schön einmal reinfahren. So, ne? Ja, ist doch, an sich sieht das doch ganz gut aus, oder? Kann man hier auch, so. Schön. Nochmal so und dann, zack, jawoll. Sehr schick. So kann man das machen, dann. Wird da auch ein bisschen mehr angepflanzt und angesäht und da kommt er schon, da läuft er, da tut er. Wie sieht es hier eigentlich aus? Sind da überall drei drin? Da sind drei drin, da sind drei drin. Okay, da scheinen überall drei drin zu sein. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die da ordentlich Kahlschlag begehen. Hoffen kann ich es ja, das habe ich natürlich auch schon wieder zugemacht. Intelligent. Wie ich bin. Militärmissionen stehen zur Verfügung. Wir sollten mal gucken, wie sie geht es denn unseren Soldaten und jawoll, denen geht es doch eigentlich an sich ganz gut. Liste der Schlachten. Uh. Vier Verluste, zwei Verluste, drei Verluste, aber. Oh, das war Misserfolge sogar. Das finde ich jetzt ungut. Soja, machen wir mal hier so. So, Möglichkeiten. 14 Tage versuche ich, wenn meine Truppen umgefallen will, und werde marschen. Missionen, hier. Schwer. 20 Tage übrig, weit entfernt. Truppen bereit machen, macht alle Truppen bereit. Zeit. So. Truppen entsenden. Hervorragend. Wo laufen sie? Da laufen sie. Ich glaube alle ineinander. Ja, oder auch nicht. Oh, der hat gar keinen Topfhelm mehr auf. Machen wir Päuschen. Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ui. Die ist aber hart gewandelt. Mit ihrem Schwert in der Hand. Wahnsinn. Und natürlich läuft... Uäh, ey. So. Njung. Njung. Okay, ich habe nur Kriegerinnen. Nur Kriegerinnen haben wir. Das läuft. So muss das. Laufe sie weiter. Hervorragend. Ja, aber wenn es so ist, dann ist es halt so, ne? Wir haben Soldaten in Zand zur Unterstützung des Königs. Und die gehen da jetzt und, äh, ja. Wow. Ich würde so gerne sehen, ob wir das Ding da hinten bauen können, oder ob wieder irgendein Fehler irgendwo ist. Ob ich wieder irgendwo einen Fehler gemacht habe. Ich sehe es ja schon, dass das wieder irgendwie nicht so richtig hinhaut. Ja, monatlicher Report. Die hat Beförderung verfügbar. Was hier? Wo bist du? Was? Hier keine Wohnung. Ein Sammler. Arbeitsplatz. Da ist der Arbeitsplatz. Da ist er gerade. Warum hat der keine Wohnung? Ich habe keine Ahnung. Können nicht mal da alle befördern. Dann würde ich sagen, äh, haben wir eigentlich mehr als genug befördert, oder? Sagt ihr? Jetzt hat. Nur damit die arme Seele noch Frieden findet und genug befördert für diesen Monat. Oh, oh, oh. Ui, 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 ui. So. Wir müssen hier tatsächlich nochmal aufklappen. Wir müssen, wir müssen irgendwie den Weizen ein bisschen im Auge behalten. Schwierig. 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 Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich denke, dass ich, weiß nicht, ich sehe das irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht hier hinten raus noch ein paar. Oder da rüber. Aber da ist halt auch nicht mehr viel, ne? Müssten wir da rüber setzen jetzt, wenn wir nochmal Weizen farmen dahin wollten. Hm. Ja. Halt blöd. Das ist ich halt jetzt blöd. Wir könnten natürlich auch die gesamte Insel hier einfach vollklatschen mit, ne? Wäre halt auch noch eine Wahl. Einfach die gesamte andere Flussseite mit... ...mit Weizen farmen zu kleistern. Was ja auch doof. Was ja auch blöd macht. Effekte. Okay. Erholungsgeschwindigkeit von Soldaten ist um zwei erhöht. Ja, das habe ich schon raus. So. Ist eigentlich wirklich schnellst die Geschwindigkeit? Ja, dreimal. Da hört's dann auf. So. Wir können das nicht bauen lassen. Ich verstehe nicht, warum. Also ich verstehe es wirklich nicht. Hm. Kann das da ran liegen? Ist eigentlich nicht, oder? Kann ja nicht an der zweiten Tür liegen. So. Ich meine, da ist jetzt eine Tür drin. Vielleicht hier irgendwo. Keine Ahnung. Setz den mal so an. Vielleicht können wir dann da irgendwo eine Mauer oder so. Ja, Vogt steht bereit. Vogt, geh Griechen. Geh Schleimen und Griechen, Vogt. Tue er heute noch. Eine Tür, ein Becken. Ja, aber wir haben doch... Ja, aber wir haben doch ein Becken. Wir haben einen Wandbrunnen. Ist falsch. Erforderliche Teile, ein Becken. Wasserbecken. Ach so, weil wir ein Wasserbecken hatten, oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden da jetzt noch ein Becken hersetzen. So, dann kann man da so ein bisschen Lust wandeln. Forderliche Teile. Da ist ein Becken. Hallo? Warum, hä? Irgendwie... Keine Ahnung. Okay, vielleicht geht's jetzt. Wir hoffen es jetzt einfach mal. Hoffen und gucken. Näher ran, damit man die blauen Linien aussehen kann. So, okay. Bisschen günstiger geworden, aber wir müssen da dann trotzdem noch was hinsetzen. Das wissen wir alle. Das merken wir uns einfach. Wie ein Mönch nähert sich unserem Dorf. Oh mein Gott, schon wieder. Warum nur? Weiß nicht warum, aber irgendwie... Schwert, das gefiel nicht los, dass meine Leute in die falsche Richtung laufen. Mach mal den weg. Dann brauchst du den nicht. Aber da, da sollt er rüber. Was? Wir sind siegreich, aber... Angriff. Rein. Was ein Mönch bittet um Audienz. Mönch, was will die Kirche? Was möchte der Keros? Keros möchte Bärn und ich hab drauf. Nein, Bretter. Ja, liefert ihm. Liefert ihm 50 Bretter. Auf geht's. Sollen sehen. Also solange es nicht regnet, funktioniert's, ne? In dem Moment, wo es anfängt zu... Woher wir haben schlechtes Wetter, in dem Moment wird's doof, ne? Jetzt geht's ja grad irgendwie einigermaßen... Einigermaßen, ne? Also nicht weltbewegend gut, aber... Das ist gut. Ja, die sind ja da, genau. Mittendrin. Guck mal, wie die pflücken können. Da, da kann der König gucken, ne? Ja, wie Leute... Wie hart die hier... Ihr... Essen sich ja arbeiten und so, ne? Ja. Da würde der aber gucken, der Gierige. Das zeige ich euch. So. So, so, so. So, das ist auch gemacht. Das heißt, das können wir auch. So. Ein kleines bisschen streichen. Wie sieht's hier aus? Die Woche wurde nichts verkauft. Wir werden den Wein nochmal tauschen. Vielleicht funktioniert es ja dann. Gehen mal hierher. Gastraum. Hat sich da irgendwas geändert? Nein, Gastraum und Verkaufstegel. Gastraum. Das läuft. Ja, ne? Genau. So. Kamin, Türe. Doch, ja, alles, alles gut, ne? Eigentlich ja alles gut. Jetzt da hinschauen. Ich werde jetzt, ich werde jetzt noch eine Bäckerei bauen. Wo wollen wir die jetzt hinbauen? Das ist halt die große Frage. Also ich glaube, wir haben ja hier, genau, da haben wir Mehl, Weizen und Brot. Ich schaue mal, ob ich die Bäckerei hier hinkriege. Okay, das ist mir jetzt, das ist mir jetzt, Wumpe. So. Äh, karei. Äh, genau. So, tun wir das so. So machen wir, oder? Was wollen wir? Mal ausprobieren. Ne, irgendwie. Ne, ich brauche mich. Okay, also ich meine, hier geht ja sowieso irgendwie keiner hin. Ja, hier möchte ja keiner. Dann würde ich sagen, stellen wir den so hin. Ja, baue er. Komm, mach. Hopp, hopp. Auf, auf. Den kann man nicht bauen aus mir unerfindlichen. Versteht es nicht. Sind die falsch, oder ist er falsch, oder? Check's nicht. Ja, dann mach weg. Ich versuch's nochmal offline zu setzen. Vielleicht geht's dann irgendwie, keine Ahnung. Ich wär's nicht. Aber so scheint's ja offensichtlich nicht zu funktionieren, und. Ja, unterm Let's Play gucken, will ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann, ne. So. Was ist eigentlich hier? Sind Attraktivität niedrig. Okay, passt auf. Wir können ja mal. Wir haben doch hier so toll, so Deko. Deko, Deko, Ration und so. Hier, Deko, Ration. Ja, da können wir doch mal. Hier, ne? Hier ein hin. Ja, und. Schön. Hier ein hin. Hier ein hin. Hey. So gedreht. Hier einen noch hin. Hier einen noch hin. Klack, klack, klack. Hier noch einen hin. Die da. Genau, hier. Oh, warte. Hier einen hin. So. Hier einen hin. Hier so noch einen hin. Und dann da. Die da. Hier. 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 Sieht doch so an sich ganz hübsch aus, oder? Das. Man muss schon einfach mal. Zugestehen auch. Doch, das wird. Das wird super. Hm. Warum ist die Attraktivität immer noch niedrig, verstehe ich es nie. Hier auch. Ach, da wohnt jetzt auch auf einmal keiner mehr. Ach, wisst ihr was? Könnt mich. Wegweiser gebaut, gemacht, getan. Hier wird ne. Förderungen verfügbar. Schön für euch. Hier oben. Die können wir ja mal machen. Und dann. Hui. Ganz nach unten. Vielleicht ist da ja noch irgendwo ein. Ja. Seht. Hervorragend. Genug befördert für heute. Auf geht's. So. Mal gespannt. Lagerplatz voll. Gespannt waren unsere Soldaten. Ich glaube, die sind schon wieder daheim, oder? Sind die wieder zu Hause? Hey, look. Schaut da mal. Alle vollständig ausgebildet. Das sind. Na, da geht was. Stufe 10, Stufe 10, Stufe 10. Jawohl. Lass doch mal gucken. Hier. Ich versammle meine Truppen. Missionen. Einfach. Bereit machen. Männer, ihr geht da rein und löst die tausend Mann des Königs ab. Auf geht's. 410 macht das. Nahrung funktioniert einigermaßen. Ich bin echt happy. Langsam geht's. Hier drüben. Ja. Nee, eher nicht. Aber kann man ja mal gucken. Hier geht's auch einigermaßen. Hier auch. Hier auch. Ja, das mit den Dingens mag irgendwie noch nicht so wirklich, ne? Ja, da ist auch. Ja. Gut, aber das ist jetzt nicht weltbewegend. Machen wir doch noch mal auf. Funzt. Machen wir hier wieder zu. Ja, wie sieht's aus? Hier mal ein bisschen Prio drauf. Steht in der Mitte von 5 Bauarbeiter und keiner, ne? Also eigentlich wirklich niemand. Tut da irgendwo was? Ja, ich glaub, die Holzfäller, die wir da vorher gerade befördert haben, das sind die Holzfäller von hier. Die haben sonst sind, sind wir jetzt woanders hingezogen, ne? Bäckerei. Jebaut. Da ist die Bäckerei. Zack. Zwei Mann rein. Da ist auch direkt ein, ne? Hier Brunnen, hier Brunnen. Ja, also. Na? Da geht schon ein bisschen was. Kleidung läuft auch. Ja, da müssen wir uns jetzt auch erstmal so her nicht die Übersorgen machen. Das geht ja jetzt gerade einigermaßen. Okay, es war gerade noch Getreide da und es wird jetzt nach produziert. Ich glaube tatsächlich, wir brauchen einfach nur mehr Bäckereien. Kann das sein? Ich glaube schon. Vielleicht sollten wir einfach, weiß ich nicht, hier noch eine hinsetzen. Oder hier direkt dahinter. Ja, weißt du, so Bäckerei am Rathaus oder so. Wir gucken mal. Wir bauen einfach gleich noch eine. Zack, wir hauen da hier gleich rein. Schlechtes Wetter. Natürlich. Ich baue ja gerade eine Bäckerei. War ja klar. So, hier hin. So. Doch, das gefällt mir. Das möchte ich. Baue jene. Dankeschön. Kein Zugriff auf Nahrung. Ja, ja. Ist schon recht. Alles ist gut. Aber das läuft doch eigentlich. Jetzt nochmal zwei Bewohner natürlich. Das läuft. Eigentlich läuft es ganz gut. Würde ich jetzt zumindest sagen. So. Eigentlich läuft es ganz gut. Mönch nähert sich unserem Dorf. Oh mein Gott, der will schon wieder was. Ich weiß das doch jetzt schon. So, da ist die Bäckerei. Wir werden die Bäckerei auch hier direkt zacken. Prio. Priority. Wie sieht es denn eigentlich hier so nach unten aus? Ist hier eigentlich noch irgendwo ein Warnlager? Also so ein, wisst ihr das schon, so ein Speicher? Okay. Ist hier noch irgendwo so ein Speicher? Ja, verfügt weiter über unsere Truppen. Mönch bittet um Audienz. Mönch, was willst du? Was will der Klerus? Klerus will schon wieder Bretter. Ja, da, hier. Komm. Nimm deine Bretter und geh. Binze dir auf den Rücken und lauf. So. Okay. 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 So. Wovon habe ich jetzt gerade gesprochen? Ich habe von der Bäckerei geredet, aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte einen Speicher, ne? Von dem Speicher habe ich gerade noch. So. Speicher. Haben wir hier überhaupt irgendwo einen Speicher? Ich glaube nicht. Wir haben hier nirgendwo einen Speicher. Ich würde sagen, wir bauen hier mal einen Speicher hin. Wisst ihr was? Wir bauen hier den Speicher hin, weil es egal sein kann. Ja. Wir drehen. Ne, so ist gut. Wir bauen ihn einfach da hin. Baue. So. Dann kann der eure Soldaten wahren siegreich. Wer hätte das gedacht? Ja. Wer vermutet denn sowas? Haben wir hier überhaupt eigentlich überall? Wenn die gebaut waren, haben wir die alle wieder rein. Nachher haben wir alle wieder rein. Alle. Hervorragend. Na, klasse. So. Aber ich würde sagen, noch bevor diese Bäckerei steht, werde ich euch einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt, wünschen. Und euch daran zu erinnern, vergesst nicht zu bewerten. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns das nächste Mal in der nächsten Folge. Bis dahin. Und ciao.